Oh, ich glaub da... Ey, das sind unsere Quatsch! Ey, Pole! Ey, Pole! Das sind unsere! Mich ja nicht klauen! Nein, wir sind... Nein! Nein! Ey, Pole! Lass das! Ey! Stell mein Quatsch wieder hin! Ey! Ich ruf die Polizei! Ich zieh ne neue Mauer! Thomas, wir haben keine Fahrzeuge mehr. Ja, die haben sie uns geklaut. Nein, von Pole! Du darfst nicht direkt mit essen! Nein! Nicht kaputt machen! Das haben wir gerade frisch lackiert! Haben sie euch jetzt ernsthaft die Quatsch geklaut? Guck mal, Micha ist nett. Der gibt uns wieder alles. Kriegt Thomas sein Auto auch wieder? Wen soll ich ausmachen? Die haben wir ja gefunden. Die können wir, glaube ich, gar nicht zumachen. Oh, doch! Hier, guck mal, locken! Ja, wir sind damit nur am Fahren, äh, am Fahren und dann wollen wir nachher uns gucken, ein Auto holen oder so mal gucken. Wir spielen ja noch nicht so lange. Erst seit heute. Ja, wir hatten aber keinen Bock, so weit zu laufen am Verticken. Die werden ja Hanf drinnen. Ja, sonst sind sie weg, ich sage euch nur. Ja, da finden wir schon genug. Wir haben eigentlich... Wir haben nicht schlecht, gell? ... die Dürmischen Tider. Wie bitte?